Freunde, ich werd wahnsinnig an dieser Hotline. Ich will doch nur den Handy-Tarif wechseln, Mann! Komm Farid, wir machen unser eigenes Mobilfunk-Unternehmen auf. Jung, brutal, gut erreichbar. Wir produzieren 50 Kilo-Handys für den gut trainierten Mann, damit er beim Telefonieren gleichzeitig pumpen kann. Du kriegst bei Vertragsabschluss 20 SIM-Karten gratis, damit die Polizei nie weiß, wer grad am Start ist. Ne Wumme integriert direkt am Headset. Telefonierst du während der Fahrt, ballerst du dir das Hack weg. Der WLAN-Hotspot heißt Brennpunkt im Ghetto, also überweis uns schön brav dein Jahreseinkommen in Netto. Ruf uns jetzt an, wir lassen es nicht lange tuten. Für Fans vom Straßenstrich bieten wir 100 freier Minuten. Masimoto, was trägt dich denn auf an deinem Handy-Vertrag? Ich hab immense Roaming-Gebühren, wenn ich auf dem Mars bin. Wie Curiosity, ich find die Tastensperre nie. Der Tarif läuft sogar weiter, wenn ich kiffe und im Arsch bin. Ich kann mich nicht erinnern an ne Puck oder ne Pim. Hafti, was machst du eigentlich da mit deinem Handy? Baba Haft, Aslaktari fetzt. Handy ist geklaut, jede App gerippt aus dem Netz. Empfang im Knast ist kacke, zu dicke Wände. Ich stream ne Folge Kikaninchen. Fachdatenvolumen zu Ende. Dann knagge ich jetzt Kaugummi-Automat. Cool, Stimmungsring. Ich bin aggressiv. Babo Bus. Babo Bus.